Oh, was macht er da? Er fühlt den Beat. Oha. Auf den Noob-Tuben. Oh yeah, Mr. Krabs. Ich weiß nicht. Ich hab die noch nie gehabt. Ich hab nie Glück gehabt, wenn ich sie bekomme. Wie wir diesen Tag haben. Easy. Fack mich nur, wo er seinen Pullover in dieser Größe her hat. Oh mein Gott. Also falls ich gleich die Fleischwand beschwöre, es tut mir leid. Nooo. What a save. Jetzt hab ich mir noch eine gecrafted, obwohl ich die die ganze Zeit im Inventar hatte. Fühl dich aber. Nicht dein Ernst. Weißt du, was ich aber gerade schade finde? Das ist Harry Potter, holy shit. Guck ihn dir an. Harry, wie er lebt und lebt. Oder auch nicht mehr. Ich frag mich, wo ist Nico. Kara gets spotted. Ich hab keine Pfeile. Was will ich zu, Pete? Autsch. Oh, kritisch. Wie viele Zombies hier rumlaufen in diesem Dorf. Nicht dein Ernst. Nein. Nein. Wieso ist kein Wasser in meinem Eimer? Nicht so lange. Die Rekord. Die kann das gar nicht droppen. Oh, sie hat's getroppt. Really? Really. So, MLG vom Turm. Jetzt geht's ab. Was hat die denn jetzt? Das ist nicht normal. Ah ja, okay. Yo. Ich geh in eine Höhle rein. Was leuchten mich da an? Dios. Geh gigantisch dann mal. Ich brauch noch Lack auf meine Spitzsacke. Lackschuh. Nein. Nein, 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 nein. Yo. Das gibt einen Clip. Yo. What? Was ist passiert? Der Dämon hat einfach ein Schwert gedroppt. 26 Nahkampfschaden. Bladecrest. Oddsworth. Yo. Es schießt sogar. Er hat schon Projektil. Es kann schießen. Sprachenlernen Bubble. Ja, einige. Aber es geht auch echt viel in die... Oh, Creeper von rechts. No, 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 no. Tür zu, Tür zu. Oh, ich habe... Yo. Was für ein Skill war das denn? Ego. So. No, 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 no. Yeahh. Auch hehehe. Ja, der hat mal eben fliegen gelernt. Ja, ich sag mal, Vanilla ist zwar auch schon geil, aber so Mod-Packs gibt es nochmal echt tolle neue Sachen. Oh, wo ist mein Wasser schon wieder? Nein, 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 nein! Alter, wenn ich jetzt sterbe! Oh, meine Level wären dann weg gewesen. Oh, nein! Okay, der hat auch den Shop von Santa Claus. Santa Claus is coming to shop. We'll get them next time. Oh Gott, das wird nix. Oh Gott, das wird nix. Ich hab ja mit dir auch gewonnen. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ja, von oben kam die Treppe runtergerannt. Und hängt fest. Ist stuck. Jetzt versuche ich, durchs Fenster versuche ich ihn zu killen. Ich glaub aber, das geht nicht. Oh, nice, das geht. Easy. Eine Ewigkeit später. System ausgetrickst. Mal wieder. Ja, egal. Hat so ja auch geklappt. Ja, wahrscheinlich. Habt ihr das gesehen? Was soll das? Hä? Das guckt ja immer noch jemand zu. Na, egal. Daumen nach oben, ein Abo oder ein Kommentar wäre schon ziemlich lecker. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Pete Flow. Weiter.